Ich habe einmal eine Sendung gemacht, bei der ich wach bleiben sollte mit meinen Kollegen. Da habe ich es dann geschafft, 108 Stunden wach zu bleiben, was total verrückt ist. Oh Gott, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wie hast du das gemacht? Ja, das war viel zu viel. Also wir waren im Wald und sind einfach wach geblieben. Also wenn jemand einschlafen wollte, dann haben wir als Team sofort versucht, den anderen dann wach zu halten. Wir haben viel Gemüse gegessen und wir waren an der Luft und dann haben wir Crossgolf gespielt und viel gequatscht. Also wir haben uns ständig beschäftigt, Tag und Nacht und am Ende sind dann 108 Stunden bei mir rausgekommen.